Es gibt kein Wort, das knapp und bündig die Tätigkeit Ottel Eichers bezeichnet hätte. War er Grafiker, Typograf, Fotograf, Bildhauer, Erfinder, Ökologe, Schriftsteller, Pädagoge, Philosoph? Als er sich selbstständig machte, eröffnete er ein Grafikbüro. So eine nennt man heute Designer. Der Begriff mag durchgehen, wenn er im alten, umfassenden Sinn des Diseño, des Weltentwurfs gebraucht wird und Gestaltfindung durch Anstrengung der Einbildungskraft bedeutet. Ottel Eicher suchte eine vernünftige Ordnung der Dinge. Der gedrungene Mann mit dem weißen Haarkranz und den buschigen Augenbrauen hat immer politisch gedacht, wenn auch nicht wie ein Politiker. Er war nicht auf Kompromisse aus, sondern auf Grundsätze. Mit seiner Frau Inge Eicher-Scholl gehörte er 1951 zu den Gründern der legendären Hochschule für Gestaltung in Ulm. Untertitelung des ZDF, 2020 So, meine Damen, meine Herren, wir beginnen jetzt das Gespräch mit dem Peter Schubert, den ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich begrüßen darf. Herr Schubert, als wir am Steinberger See Ende des letzten Jahres zusammensaßen, berichteten Sie stolz, dass es jetzt über 50 Jahre, 55 Jahre her ist, dass Sie zur HFG Ulm gekommen sind. Erinnern Sie sich noch an den ersten Tag? Ja, da erinnert sich, glaube ich, jeder, der dort gewesen ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch Janine Mehrapfel sich an die erste Zeit ziemlich ähnlich erinnert hat wie ich. Sie hat ja auch gesagt, dass sie ein gelb gestreiftes Kleid trug und ein Handtäschchen und überhaupt gar nicht HFG-mäßig aussah. Und diesen Eindruck hatte ich auch von mir. Ich hatte auch die falschen Klamotten an und habe mich dann auch so schnell angepasst. Das hat eigentlich gleich mit dem ersten Tag zu tun, weil wenn man da an die HFG kam, das war einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Und ich war natürlich einerseits stolz, andererseits natürlich auch sehr irritiert, dass man mich dort, der ich mal ein Lehrling in einer Werbeabteilung in einem Kaufhaus in Ulm war, dass man mich dort angenommen hat. Erinnern Sie sich auch noch an Ihre erste Begegnung mit Ottel Eicher? Die erste Begegnung mit Ottel Eicher, die war nicht so prägend, weil ich war zwar Student in der Abteilung Visuelle Kommunikation und Ottel Eicher war dort auch Dozent, aber die anderen Dozenten, die da waren, unter anderem habe ich heute Peter Hake gesehen, darf ich nochmal begrüßen, die anderen Dozenten haben mich auch sehr beeindruckt. Ich meine, es waren da die Vertreter der Gruppe 47, es waren Soziologen, es waren Literaturwissenschaftler, es waren Philosophen, es waren Kybernetiker und man war einfach erschlagen von, ja, wie würde ich sagen, von der geistigen Elite, die da plötzlich Dozenten war in Ulm und das war ja auch das Besondere daran. Sie haben ja in der ersten Phase, im ersten Jahr an der HFG, waren Sie bei den Grafikern, also auch bei Ottel Eicher. Es gab dann nach einem Jahr schon den zweiten Richtungsstreit an der HFG. Auf der einen Seite standen die Gestalter und auf der anderen Seite die Logiker. Und zu dieser Zeit gründeten dann Alexander Kluge, Edgar Reich und Detten Schleiermacher die Filmabteilung und sie entschieden sich dann für diesen Weg und gehörten mit vier weiteren Kommilitonen dann zu den ersten Filmstudierenden der Nachkriegszeit. Die Filmakademien in Berlin und München wurden ja später dann erst gegründet. Und erläutern Sie uns kurz die Absichten der Filmabteilung. Was war das Ziel? Wogegen kämpfte man und wofür kämpfte man? Ja, es ist richtig. Wenn man als Studenten an die HFG kam, war man zuerst dort mit den permanent herrschenden Richtungsstreiten konfrontiert. Vor meiner Zeit war der Richtungsstreit mit Bill und Eicher, obwohl die beiden ja zusammen die HFG gegründet hatten, zusammen mit der Frau von Ottel Eicher, kamen sie aber relativ schnell in einen Konflikt, weil der Bill wollte also nicht diese politische Richtung der Eichers mitverfolgen. Die Eichers wollten ja mithilfe der guten Form eben auch an der Wirkung in der demokratischen Gesellschaft mitarbeiten. Das wollte Bill nicht. Und das führte dann doch dazu, dass die Idee, dass in Ulm ein zweites Bauhaus weitergeführt werden sollte, eben nicht zustande kam. Bill ging dann. Eicher hat dann Wissenschaftler nach Ulm geholt in der Absicht, dass die Wissenschaftler seine Art von Design wissenschaftlich begründen und legitimieren würden. Aber die Wissenschaftler haben ihm diesen Gefallen nicht getan und so kam es zum zweiten Richtungsstreit. Das war genau die Zeit, in der ich hinkam und man kam da als Neuling hin, merkte, dass da ein ungeheurer Krach hinter den Kulissen stattfand, auch vor den Kulissen. Und man musste sich entscheiden, entweder in eine Abteilung oder in eine andere. Und das war sehr unangenehm. Aber ich bin dann mit fünf anderen Studenten aus der Visuellen diesem Richtungsstreit enthoben worden, indem nämlich der Alexander Kluge und der Edgar Reitz zusammen mit der Oberhausener Gruppe oder Teilen der Oberhausener Gruppe die Filmabteilung begründet hat. Und wir konnten wechseln. Wir konnten also von der Abteilung Visuelle Kommunikation in die Filmabteilung wechseln. Und damit waren wir eigentlich diesem ganzen Richtungsstreit enthoben, hatten aber den ungeheuren Vorteil, diese wunderbaren theoretischen Vorlesungen trotzdem mitmachen zu können, weil es gab immer eine praktische Woche und eine theoretische Woche. Und in der theoretischen Woche waren wir mit allen anderen Studenten eben in diesen Vorlesungen, die zum Teil wirklich von Kapazitäten gehalten wurden. Und das hat einfach dazu beigetragen, dass wir konfliktfrei arbeiten konnten. Kluge war ja clever genug, hat dann zwei Jahre später nicht nur die Filmabteilung begründet, sondern hat auch einen eigenen Etat sich vom Land Baden-Württemberg geholt, sodass die Filmabteilung dann Institut für Filmgestaltung wurde und auch die Schließung der HFG 1968 überstanden hat. Und sie wird erst dieses Jahr wirklich aufgelöst. Die Ziele waren ja, als die Abteilung gegründet wurde, unter anderem auch der Protest gegen dieses Schnulsen-Kartell. Also man wollte weg von den Filmen, von den Heile-Welt-Filmen, wie beispielsweise Der Förster im Silberwald. Und was ändert sich in Ulm in diese Richtung? Ja, man muss wissen, dass in den 50er und frühen 60er Jahren die Kinolandschaft in Ulm, äh Quatsch, in Deutschland, von den alten Ufa-Produzenten dominiert war und natürlich von den amerikanischen Major Companies. Und die deutschen Filmproduzenten und auch Regisseure in der Zeit haben sich nicht mit irgendwelchen gesellschaftlichen Problemen auseinandergesetzt und haben nicht die Geschichten aus der Gegenwart erzählt, sondern haben Märchen erzählt und Schnulzen in die Kinos gebracht. Und dagegen wehrten sich ja die Oberhausener Rebellen unter dem Schlagwort Opas Kino ist tot und haben gefordert, dass der deutsche Film, der junge deutsche Film, wie das damals hieß, sich mit der deutschen Gegenwart beschäftigt oder auch mit der jüngsten Vergangenheit natürlich, also mit der Zeit des Nationalsozialismus und einfach auch einen aufklärerischen Impetus auch in der Filmlandschaft zu bemerken sein müsste. Das heißt, in kluges Worten war es so, dass Filme Anschauung und Begriff enthalten müssen. Also wenn man diese beiden Elemente verbindet, kriegt man einen ganz anderen Art von Film und das haben wir gerne aufgegriffen. Und dieser Ansatz, der sich also auch mit einem anderen Umgang, mit Öffentlichkeit befasst, der war natürlich in der HFG sehr willkommen, weil theoretisch war er nicht sehr weit von Eichers Vorstellung davon entfernt, wie die Schule arbeiten sollte. Und von daher konnte man also an der HFG eben auch eine Filmabteilung begründen, die dort am richtigen Ort war. Jetzt macht es Pieps, es geht also jetzt schon los. Also die Kamera piepst, das ist dann immer, wenn sie läuft, und damit wir das dann synchronisieren können. Ja. Wieso meinen Sie, dass man sich darin verliert, wenn man sich den Medien ausliefert? Oder wie meinen Sie das? Das ist natürlich mittlerweile eine Industrie geworden, die es nicht darauf absieht, Dinge mitzuteilen oder die Kommunikation aufrechtzuerhalten, sondern mit Kommunikation Geld zu machen. Und Zeitschriften, die nicht jede Woche ein Interview haben, die gehen ein oder so. Das heißt, die Gesellschaft wird ausgeplündert nach Kommunikationsstoff. Und ich, Depp, bin einer der Helden, die da mithalten sollen. Da mache ich nicht mit. Kommen wir zurück auf den Eicher-Film. Ottel Eicher sagte ja selbst, dass er ein Mann des geschriebenen Wortes und nicht des gesprochenen Wortes ist. Wie haben Sie es trotzdem geschafft, dass er sich zu diesem Filmprojekt überreden ließ? Das war harte Arbeit. Gut. Eicher wollte nicht im Mittelpunkt des Interesses stehen, aber auf der anderen Seite konnte er auch nicht verheimlichen, dass er eitel war. Und dadurch war schon eine der Möglichkeiten gegeben. Ich habe dann aber das Glück gehabt, dass ich weiterhin Film im Sinne der HFG gemacht habe, indem ich mich eben auch mit Design im Film beschäftigt habe. Ich bin also bei Firmen gewesen, die sehr designorientiert gearbeitet haben, wie Erko oder wie FSB. Und bin da in dieser Arbeit dem Eicher immer wieder begegnet und habe auch dort Interviews mit Eicher drehen können. Und dann war es eigentlich nicht mehr so schwer, ihm zu sagen, also diese Interviews, die wir schon miteinander geführt haben, die sollte man doch in einem Film jetzt zusammenführen. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich einen Film gemacht habe, eine ZDF-Serie gemacht habe über eine Familie. Und da brauchte ich einen Jungen, der da mitgespielt hat, den Sohn. Und da hatte ich mir dann den Julian Eicher geholt, also den zehnjährigen Sohn vom Eicher. Und der hat da erfolgreich mitgespielt und so. Und von daher war der Kontakt also dann doch immer wieder zum Eicher. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass er mir dann irgendwann vertraut hat. Und wie ist es dann zu dem ersten Film, den wir heute Abend gesehen haben, zu dem Handgriffe-Film von FSB gekommen? Vermutlich war Otter Eicher der Vermittler in dieser Sache. Richtig. Der Otter Eicher war der Vermittler in der Sache. Und es ist natürlich so, dass wenn ich als Dokumentarfilmer an eine Firma rangehe und frage, dürften wir bei Ihnen ein Porträt über Ihr Unternehmen drehen, ist das ja erst mal nicht gerade erfreut aufgenommen worden. Ich meine, wir sind ja auch lästig. Wir sind also dabei. Wir sehen auch, was nicht funktioniert. Oder wenn irgendwo was mal knirscht oder so. Und umso mehr ist es dann glücklich für den Filmemacher, wenn er einen Unternehmer trifft, der sagt, ja, kommt einfach mal. Sehen wir mal, was draus wird. Also, wenn sie lästig gewesen wären, wäre er heute Abend sicher nicht nach Berlin gekommen. Ich darf jetzt an dieser Stelle noch ganz herzlich unseren ehemaligen Geschäftsführer Jürgen Werner Braun auf die Bühne bitten. Als gebürtiger Berliner hat er sich nicht nehmen lassen, unserer Einladung zu folgen, um diese Runde, die sonst immer nur zu zweit stattfindet, zu ergänzen. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus